So, hello, welcome back. Today we are here, let's play Zelda, whatever. Ne, ich hab keine Ahnung von Englisch, lassen wir's da einfach sein. Wir wollten in die Tür gehen, Leute, und wollten... Was wollten wir tun? Wir wollten einen Endboss... Ja, okay, Endboss, Endboss. Endboss ist jetzt ein bisschen übertrieben. Naja, wir schauen uns einfach mal an, was da kommt. Und, what is it? Richtig, ein alter Marathonläufer ist es. Zieht euch den rein. Das ist so dämlich, weil er immer nur da rumrennt. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir machen müssen. Ich glaub, wir müssen ihn abschießen, kann das sein? Ah ja, können wir ihn eigentlich auch schlagen? Wo bist du, du? Ah nee, wir müssen ihn mitfeilen. Okay, Freund. Hä, komm her. Oh nein, er hat uns verarscht. Stirb doch endlich. Bäm. Gibt's noch eine? Ne. So, komm. Und tschüss. Also besonders schwer ist der nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Oh nein. Was macht der jetzt? Verbindungs-Taktik. Oh. That was very knapp, Leute. Da ist er. Sash. Freundchen, hä? Das ist er. Yay. Und das war's schon. Oder war's das? Ja, das war's. Unser armer Marathonläufer hat das Zeitliche gesegnet, Leute. Wir kriegen eine Riesentruhe und werden dort ein Artefakt finden. Und was ist es? Die Feuerpfeile. Yes, we can. Jetzt haben wir endlich die Feuerpfeile und können die Eisblöcke auch anders wie zu Fall bringen. Holen wir erstmal wieder unseren reiner Kalmund raus. Oh oh. Und schmieren ab. Nein. Das war wohl nix. Egal. Wir müssen eh runter, meine ich. Wir können jetzt aber da erstmal den Frostscheiß wegpusten. Ähm. So. Moment. Wo müssen wir überhaupt hin? Where? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Moment. Wir waren... Wo waren wir denn? Ich muss gerade mal hier auf die Karte gucken. Hab mir das... Nämlich hier eine Karte auf Blatt Papier geholt. So. Zack. Aha. Und hier. So. Wie war das? Moment, Leute. Wir haben jetzt den kranken Läufer besiegt. Der war da. Dann sind wir jetzt da. Alles klar. Okay, Freunde. Wir müssen einfach jetzt mal irgendwo hin. Wo genau weiß ich zwar jetzt auch nicht, wo genau wo. Aber... Ja. Ach, Mensch, Link. Gucken wir doch einfach mal hier. Was haben wir hier? Ey, das ist... Das ist Beschiss. Da kommen wir doch her. Das ist vom Anfangsraum. Hä? Oh Gott, Leute. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Jetzt weiß der TT Gamer, wo wir sind. Nein. Don't spring runter. Und zwar müssen wir durch die green Tür. Da geht es lang, Leute. Und durch da. Ey. So. Oh no. Naja. Du lebst nicht lange. Ah. Bah. Oh, du hol dir... Magiefläschchen. Okay. So wie ich das sehe, müssen wir Fackeln anzünden. Nein. Daneben. Wait. Und? What happened? Komm, die Tür geht auf. Yay. Genau. So. Guck nicht so doof. Oh. Eine kleine Truhe. Ja, da gibt's... Da müsste es eine Fee drin geben. There must be a fairy. Boah. Aber hier, ich mache ein Sicherheitssafe, Leute. Nur zur Sicherheit. Weil wenn wir da runterknallen, dann... Nee. Dann... Dann ist aber was los. So. Nehmen wir die mit. Auch wenn wir die, wie gesagt, nicht sammeln. Vielleicht wird es irgendwann nochmal ein Let's Search, whatever, von diesem Spiel geben. Aber at the moment, wir kümmern uns um die Geschichte und wollen gar nicht mehr. So, da hinten haben wir noch so einen... Wollen wir das mal wegmachen? Very schön. Und... Einmal hier. Durch die door. Und... Oh, wir müssen Rainer wiederholen. Komm, Rainer. Oh. Und einmal runter damit. Oh, schöne Sache. Schöne Sache. Jetzt... Ah, genau. Jetzt war das da unten wieder. Ähm... Lass mich kurz überlegen, Leute. Wo müssen wir hin? Wir müssen jetzt hin... Nach... Nach da müssen wir hin. Wir müssen... Ah, stimmt. Wir brauchen den Boss-Schlüssel noch. We need the Boss-Schlüssel. Und for the Boss-Schlüssel, we must go in the dritten Etage. Und da versuchen wir jetzt in the dritten Etage zu gehen. So, komm, hier rüber. Ein paar Pfeile wären nett. Ja, genau. Schön. So muss das sein. Und zwar... Ist das Binde. Jetzt... Oh, nö. Jetzt ist der Scheiß da hochgekommen. Was bringt es uns? Ja, nichts bringt es uns. Ey, Fliege. Hau ab. Die sind so penetrant, diese Fliegen. Die fliegen mir immer ins Gesicht, ey. So, ja. Hm. Das wäre ihr Preis gewesen. Ich glaube, wir müssen da drüben hin. Kann das... Kann das sein? Ja, das... Das kann nicht nur sein. Nein, nicht runter. Das ist sogar so. Ja, was heißt das für uns? Ähm. Mit anderen Worten. Wir gehen nochmal zurück. Und gehen dann halt da hinten durch. Ich meine, warum nicht? Was? Ja, warum hakst du denn jetzt? Hör doch mal auf hier. So, Leute. Ich habe in Planung. Oder ich habe schon angefangen. Hihi. Nein, ein, ähm... Ein weiteres Spiel, weil wir ja jetzt Fire Emblem am Laufen haben. Wir haben Barton Kytos. Und das sind ja beides irgendwo sehr Story-lastische, ähm... Spiele, die... Naja, nicht so viel Action haben wie jetzt vielleicht ein Zelda-Spiel oder... Ey, hallo. Wir müssen da... Oh, ne. Müssen wir ja doch da runter. Oh, ne. Wir müssen durch die blaue Tür. Wie kommen wir durch die blaue Tür, Leute? Da kommen wir... Nein! Tu's nicht. Es ist nicht euer Ernst. Wir müssen wieder zurück. Wir müssen... Oh, Gott, ey. Gott, Hilfe. Ja, so ist das, wenn man das Spiel nicht kennt. Den... Also, was heißt... Nein! Tu's. Och. Ich kenne das Spiel ja, aber... Schon lange her. Äh, habe ich noch ein Spiel in Planung vorbereitet. Schon angefangen. Ein sehr actionreiches Spiel, was aber noch nicht verraten wird, was es ist. Und wenn ich das fertig habe, das ist eigentlich nicht so lange. Es sei denn, ich stelle mich extrem blöd an. Was unter Umständen sogar wirklich passieren könnte, aber... Naja, mal mal den Teufel mal nicht an die Wand. Ähm, das werdet ihr dann sehen, sobald das fertig Let's Played ist und... Ist das jetzt hier? Boah, wenn der Wolf mich jetzt trifft, ne? Ja, genau, genau, hier. Rainer, komm, das ist eine Aufgabe für dich. Äh, und zwar... Ach komm, Taya. Äh, zwar werdet ihr das dann sehen und dann habt auch noch was... Ähm... Action-Adventure-Reiches dabei. Ich denke, das ist ganz sinnvoll. Und jetzt... Nein! Daneben! Mann, ey! Der soll nicht so viel essen. Scheiß-Gorone, ey. Sorry, Leute, aber... Nee. Kann doch nicht sein! Alter, Gott's Namen! Oh! Korone. Mensch, Darunia, oder wie der heißt. Tu mir das doch nicht an. Hier, kriegst du jetzt einen Save verpasst und wenn du es dann nicht schaffst, dann weiß ich auch nicht mehr. So. Boah, Taya! Ich weiß, da unten ist noch so eine... behinderte Fee. Okay. Komm schon, komm schon! Jo, und jetzt fast... Ach! Smash! Okay. Und hier durch. Und jetzt? Komm schon, wenn jetzt immer... Ne, hier müssen wir rein. Ja. Wieso runter? Wir wollen hoch! Doch! Nein! Ey, ich weiß nicht, wo es lang geht. Das ist total bescheuert. Ja, wo geht es denn jetzt hier lang? Toll, super. Ne, ach doch, ich weiß, wo es lang geht. Ja, geil. Ah, toll. Das war mal wieder... War mal echt mal wieder so ein toller, geiler Fail. Ich glaube, es geht hier lang. Aber ich bin mir da auch nicht... Ja, doch. Da geht es hoch. Hoch ist immer gut. Ich bin mir da... Aber auch jetzt nicht so sicher. Hier konnten wir doch jetzt was machen. Wir haben doch... Hier war doch... Ja, genau da. So, Freundchen! Stirb! Und du auch, Auge! Stirb! Und hoch. Ah, so. Ja, das ist schön. Und... Zack. So, und bitte einmal durch. So, jetzt sind wir hier. Da hinten haben wir erstmal... Zack. So, ähm... Sind wir... Sind wir in... 3F? Nee. Nee, 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 nee. Wir sind da. Moment, wir sind in 2F. Wir sind in 2F. Rainer! Auf geht's! Nein, er hat's nicht geschafft! Du Blödmann! Naja, okay. Nochmal Glück gehabt. So, jetzt hier durch. Was war noch? Ach, auf der anderen Seite war der beschissene Marathonläufer. So, jetzt sind wir hier. Mhm. Hm, gute Sache. Verzeiht mir den Save. Okay. Wir haben keinen Schlüssel! Was ist das denn? Ja, herzlichen Glückwunsch! Wir haben keinen Schlüssel! Aber wir bräuchten einen! Wo kriegen wir den her? Ich weiß es nicht! Wollen die mich doch ärgern hier? Ist das denn wahr? Wir brauchen den Schlüssel! Ja, so... Wunder... Oh Gott. Ich vermute Schlimmes. Moment mal, lass mich mal überlegen, Leute. Den Schlüssel haben wir. Da bin ich mir sicher. Ich habe gerade den Spieleberater aufgemacht. Den Schlüssel haben wir auch. Ja! Hm. Why not? Why not? Why not? Wir haben natürlich den Schlüssel, den man eigentlich direkt als erstes holen sollte, wenn ich das richtig überblickt habe, nicht geholt. Schade, das wäre ihr Preis gewesen. Wie ich das hoffe! Wenn der jetzt da nicht rüberkommt, der Fettsack. So. Ja, unsere Tage gehen auch zu Ende. Warum denn nicht? Komm, geh da runter, dicker Schin. Boah, jetzt halt die Fresse! So. Sorry, Leute. Ey, aber ich reg mich schon wieder auf, weil es ist so ärgerlich. Es ist echt zum Kotzen. So. Und wisst ihr, wo er ist? Boah, die Glocken sollen... Sollen nur einfach ruhig sein. Hier, stirb. Pack dir ein Eis. So. Und tschüss. Pack dir auch ein Eis. Ey. Hier muss ein Schlüssel sein. Der ist hier eingezeichnet. Haben wir den doch schon? Ey, was soll er denn? Ne, wir stehen... Wir stehen doch in der Truhe drin. Wo soll... Komm schon. Ja, geil. Seid jetzt da unten? Ah! Hör auf zu schreien, Blödmann. Ne. Ja, toll. Seht ihr jetzt? Wir stehen auf der Truhe, Leute. Aber wo ist denn die scheiß Truhe? Wo soll denn das sein? Ach, das kriegt man erst, wenn... Na, sag das doch. Ja, ha, ha, geil. Jetzt fallen wir wahrscheinlich noch runter. Ne, Gott sei Dank nicht, ey. Scheiße, ey. So, komm. Gib ihn her. Bim. Yes! Da haben wir ihn doch. Den Schlüssel, den man als erstes holen sollte. Oder auf den man eigentlich als erstes stößt, wenn man das gründlich untersucht haben. Bin ich gut. Jetzt haben wir ihn aber. Und jetzt geht's hier im nächsten Part weiter, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer TT Gamer.